Wir ranken jetzt Schweizer Influencer. Let's go. T-Ronimo. Ähm, finde ich cool mit seiner Gruppe. Mache ich mal 5. Swag. Bierenweich. Weiss ich jetzt nicht ganz so genau. 10. Chris. Ich glaube, Chris' Content ist nicht für jeden etwas. Aber wenn er es macht, ist er so gut. Man kann nichts sagen. Ich finde, es gibt so eine Grundregel. Wenn es irgendwie bei Leuten ankommt, dann muss irgendetwas gut dran sein. Und das muss man respektieren. Und Chris, absolute Legende. Sehr, sehr netter Dude. Mache ich mal aufs 4. Gustav. Habe ich auf Schweizerdeutsch ein bisschen geiler gefunden, als mit den Autovideos. Und bekomme jetzt gerade nicht mehr so viel mit. Mache ich mal aufs 6. Digga, ich mache das voll ehrlich. Holy shit, Pronto. Für mich 7. Aber auch sehr, sehr netter Dude. Kiko, gar nicht meins. Trash. Früher nicht lustig gewesen. Jetzt auch nicht mehr so meins. Erik, finde ich, kann übelgut Schauspieler. Ich habe mit ihm bei so einer Serie mitgespielt. Absolute Legende. Sehr, sehr geil. Und auch so gut auf Bühnen und so. Dario wäre jetzt für mich eigentlich wahrscheinlich auf der 11. Aber ich muss jetzt aufs 2 machen. Söcki aufs 1. Ja, geil. Uuh, Schweizer Influencer. Jetzt habe ich mit einem Beefmedal. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.